in einem meiner letzten videos habe ich eine kritik bzw eine review zu dem rapala flash x gitter gemacht nicht ohne hintergedanken denn ich wollte natürlich rapala noch einmal ansprechen nachdem ich wegen meiner köderentwicklung den needle stick schon diese firma vor fünf sechs sieben acht jahren angeschrieben hatte dachte ich versuch es noch mal ja inzwischen hat das video über 2000 klicks und als die 2000 erreicht war dachte ich schreibe eben rapala noch mal an eben auch mit dem video link damit die da vielleicht zu stellung nehmen mögen ich habe eine e-mail-adresse herausgefunden auf der rapala.com seite glaube ich fand auch eine adresse die mir danach aussah dass zumindest irgendjemand da dran gehen könnte der auch was zu sagen hat na gut meistens wenn die mailboxen ja doch von dieses support mailboxen ja doch von assistenten oder hilfsarbeitern oder was auch immer bedient dachte ich zumindest aber wie er gleich sehen werde ich habe tatsächlich eine antwort vom head of product development bekommen hier head of product development also tatsächlich eine zumindest vorgeblich wichtige figur auch ein finnischer name also zumindest bei der richtigen person angekommen jedenfalls der inhalt des ganzen das könnt ihr euch natürlich genauer anschauen indem ihr dann auf die stopptaste drückt wenn ihr wollt und das ganze durchliest grob zusammengefasst ist dass er mich überhaupt nicht kennen mein videos nicht gesehen hat und dass er sich sehr gewundert hat üben insgesamt über die e mail wo doch die rapala produkte so ganz toll sind und das übliche bla bla was man halt so zu neuentwicklungen vermeintlichen sagt in x ländern getestet worden hier haben wir stehen spanien frankreich und italien und wie toll das alles ist und dass es einzigartig ist oder fast einzigartig und kaum noch konkurrenz auf dem markt gibt und natürlich auch wie toll rapala ist mit mir zusammenarbeiten wollte dann scheinbar nicht ein bisschen wohl angepisst war kann ich verstehen weil meine tonart ist ja oft gut ich habe da gar nicht weiter darüber nachgedacht heute als ich das ganze bearbeitet habe als video sah ich dann dass er bilder angehängt worden sind an die e mail und da dachte ich auch ja da guckst du mal rein jetzt kommen bestimmt die fangfotos mit dem rapala flash x gitter die auch beweisen wie toll der köder ist ja aber stattdessen bekomme ich hier einen baliou wahrscheinlich aus wikipedia oder so darunter noch mal ein hornecht foto dann hier ich glaube der ist von wikipedia oder sowas war von der nordsee einen kleinen hornecht und dann halt noch mal so ein alligator hecht ja in tropischen meeren vorkommt ja auch hier noch mal der kopf wahrscheinlich wollte man darauf anspielen wie die form ist aber genau das ist ja der punkt der kopf nämlich der kopf die form original des niedelfisch also das echte niedelfisch die hat eben keinen knick oder keine delle nach oben wie das ganz typisch für mein needle stick ist eher im gegenteil diese welle dieser kleine knick der befindet sich unterhalb und der macht für einen topwater köder auch sinn übrigens der niedelfisch an sich der hornecht an sich ist so könnte man fast sagen ein topwater fisch denn er ist mit den fliegenden fischen verwandt und bei einer flucht vor räubern springt er oft meterweit im zickzack über die oberfläche jedenfalls der köder die man nach sagen könnte er sei wirklich einem hornecht kopf nachempfunden das ist eben der jack finn stylo der jack finn stylo ist aber auch so gearbeitet dass er auch als topwater köder funktioniert übrigens ist er nicht handgemacht wie viele fälschlicherweise annehmen der flash x gitter mit dem kopf eines niedel sticks der eben dazu gedacht ist unter wasser geführt zu werden der kann mit einem topwater köder nicht harmonieren zudem ist er mit 30 gramm bei 22 cm länge viel zu leicht würde schon bei leichterem wind und ein bisschen aktion von der oberfläche wehen in meinen augen eine komplette köder fehlkonstruktion und so wundert es mich auch nicht dass man hier keine trophäen fotos oder fangvideos sein kann aber auch der typische marketing hinweis von rapala beziehungsweise von dem head of product development das hier was ganz besonders neues mal wieder kreiert wurde ist halt reines marketing wie man es eben von fast jedem produkt kennt und hier will ich euch mal ein köder zeigen das ist so der ursprungs topwater niedelfischluhr diese köder die sind aus holz sogar hier mit einem rotierenden tönchenwirbel unten drunter und die gibt es schon seit ewig keiten die werden seit den 1960ern gebaut und alles was danach kommt sei es von savage gear oder sei es eben auch der jackfin stylo das sind einfach bloß aufgehübschte versionen charakteristisch ist halt zwei hakenösen das gewicht mehr im hinteren teil und halt vorne dass der köder eben über die oberfläche schlittern kann er kann sinkend sein der kann schwimmen sein letztendlich wird er so oder so auf die oberfläche gezogen ganz anders eben als der needle stick der eben sinkend ist und auch unter der oberfläche bleibt das war mir ganz wichtig weil sonst lässt sich ein köder bei so starken windverhältnissen wie auf den kanaren oder auch anderswo überhaupt gar nicht vernünftig fischen weil solche köder fliegen bei starken winden einfach von der oberfläche weg der fazit und moral der geschichte ist natürlich ich habe mir gewünscht dass eine größere firma eben die produktion des needle sticks übernehmen würde wird wieder nichts den köder in china in einer großserie anzufertigen da habe ich jetzt keinen lust mehr nachdem ich den köder selbst schon wahrscheinlich mehrere tausend mal gebaut habe und außerdem wenn ich ihn in china mal laufen habe dann ist ja auch eins zwei drei kopiert das möchte ich auch nicht ja dann müsst ihr damit leben dass ich eben nur das bauen und liefern kann was eben meine hände ergeben meine zeit bis dann